Ein Riesenvorteil der Ausbildung bei Emrich Consulting ist, dass ihr von mehreren unterschiedlichen Trainern ausgebildet werdet, die alle eine riesengroße Praxiserfahrung haben. Der zweite ganz große Vorteil ist, dass wir ein unglaublich breites Wissensfundament schaffen. Das heißt, du kannst in ganz viele Themengebiete mal reinschauen und für dich das Beste rausziehen. Am Ende der Ausbildung bekommst du einmal die deutsche Zertifizierung durch Emrich Consulting. Zweitens bekommst du eine internationale Zertifizierung als Trainer durch die ICA und du hast drittens noch die Möglichkeit, am Finale um den European Speaker Award teilzunehmen und diesen wunderschönen Pokal zu gewinnen.